heute müssen wir es unbedingt schaffen kurz vorm finalort zu kommen also musste ich mich jetzt mal ein bisschen beeilen gerade hat sich in obs was umgestellt ich weiß nicht ob es alles so passt sound sieht gut aus aber aufnahme weiß ich nicht hoffe es passt alles so wir haben hier die keycard ich dachte kurzzeitig mit spiel stehen geblieben aber es geht weiter es hat nur geleckt kurz und endlich in das rote labor rein mit einer tasche im bohr akku und roter farbe damit sollten mich die kannibalen in ruhe lassen medikamente ihr knochen war doch medizin ist auch dabei nice noch eine weitere knochenrüstung für mich denn hier wird kein knochen liegen gelassen so immer weiter vorwärts es ist eigentlich hier genug braucht keine taschenlampe keine kein fahrzeug hier geht es so rund her kisten alles vollautomatisiert schulfoto megan megan auch mehr rote farbe müssen quatschen quatschen sind voll mit medizin leider was ist das denn hier alles hier hat sie anscheinend geschlafen die megan oder timmy das weiß man nicht auf jeden fall wird er jetzt gerettet eine kantine ich hatte die ganze dorst erstmal was trinken das allerwichtigste ah ne war unnötig kann man hier kaffee trinken essen snacken und ne computerplatte holen äh leiterplatte geld ja endlich kann ich was mit dem geld anfangen wir sind voll haben wir ein bisschen geld verschwendet wo alle holen ja auch das ist meures hallen ok leider sind wir jetzt voll interessante kantine nett nett was ist da drüben eigentlich stimmt dass man das glas nicht kaputt machen kann bestimmt man könnte sich auch hinsetzen ja ich bin unschlau hat jemand geld verloren den eik könnt ihr da doch nicht einfach so stehen lassen den sammle ich gerne ein und ess euer essen auf aber warum ist denn hier niemand oder besser gesagt ist denn hier niemand wort wird es sein wenn wir in der küche sind jetzt hier zum klo oder warum sind hier die rohrleitungen wer ist denn hier langgegangen oh die krankenstation ethik Wart ihr mich krank? Ich bin deswegen runtergeholt. Ich hoffe doch nicht. Ist das dumm jetzt, mit der Story zu spielen, weil ich genau weiß, was passiert. Das muss so. Das muss so. Oh. Babys. Ah. Ich mag euch nicht. Ihr seid so sprunghaft. Und stark. Sie sehen ekehaft aus. Hier, machen die die ganzen Experimente. Oh. Das ist nicht so nett. Ei, 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 ei. Wenn die Balskis... Was ist mit John passiert? Warum sieht er so komisch aus? Was soll das? Ich gehe da jetzt auf, Alter. Aber ich gehe erstmal dann da hinten rein. Du, Lüste. Was denn? Was ist die To-Do-Lüste? Was denn deine To-Do-Lüste? Ach, da oben. Der Weg... Okay. Weiter. Was weiter? Stoff sammeln. Was ist denn nur mit euch passiert hier? Mensch. Da ist ein Armsee. Hier ist ein toter Armsee. Na ja, dann. Wenn da ein Armsee ist, dann... Ich habe ein Bein vergessen. Ich muss mal sagen, teste ich mal die Armbrust. Ist der Armsee? Nicht aggressiv werden? Als ob zwei Armbrustschüsse... Und er ist down? Ich... Wo ist denn die anderen Bolzen jetzt? Ja. Aber ich glaube, das war ein Schwächerer sonst. So, scheiße. Ich bin voll. Da, iiih. An meinem Bein klebt. Mutantenrüstung. Ja, der war, glaube ich, schwächer, weil... Ich glaube nicht, dass die Armbrust die To-Shotted. Oh. Und da. Ich habe deinen Bruder gesehen. Und umgebracht. Wie wir sehen, sehen wir hier eine Menge Menschen. Da ist ein Auge. Da sind noch mehr Augen. Augen, Augen. Ohne Ende. Augen. Arme, Beine. Augen. Und Augen. Schön. Das sieht richtig lecker aus. Da sind noch mehr Babys. Property of Megan. Oh oh. Megan? Bist du hier? Irgendwo? Megan? Bei Megan Cross. Megan? Megan? Young, Leaven, 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 Team, bei Jerry's Projekt. Okay. Äh. You are here. Level 6. Was ist das hier? Oh. Was schönes Gemaltes. Schön. Kann ich einen Kaffee trinken? Guten Tag. Ist da jemand? Ach, meine Freunde sind auch wieder da. Los, wo? Lass mich raus. Nein, es geht nicht. Nein, ich bräuchte kein Licht mehr. Es ist jetzt hell genug. Da hat er und geht in die dunkelste Ecke. Ah, ja. Kaffee. Warum lässt du den Kaffee da drauf? Trinken, trinken, extra trinken. Essen, essen, extra essen. Wer lacht denn hier so? Wo bist du denn, mein Freund? Da draußen? Komm her. Kommst du hier nicht rein? Bist du hier zu blöd für die Tür? Das ist ein richtig lustiger Bug. Ja, sehr gut. Ich glaube, das sind schwächere Leute. Gut. I, ist alles so ekehaft hier drin. I make a course. Ein Dino. Okay. Oh, hier sind Babys. Ekehaft. Die sind jetzt hier mal so rumschreien müssen. Hallo. Nicht mal eine Rüstung kaputt machen? Mag ich nicht. Die Viecher sind einfach nur ekelhaft. Ist auf jeden Fall eine Menge Stoff noch. Und da ist noch ein Baby, alter. Weil die sind halt immer nur wanted. Come on, alter. So Medizin brauche ich eigentlich nicht mehr. Haben die die hier gezüchtet, oder was? Ja, ekelhaften. Hallo? Megan? Your second artifact. Oh, eine Kassette. Die mit... Ich sollte die mal allein sehen. Meggans Ankunft. Ja? Da ist Megan. Hallo? Ja, was ist denn da hinten? Oh. Nichts. Was war das? Oh, das ist ein Arzt. Der will nicht gefilmt werden. Warum werden nicht gefilmt werden? Das ist Megan. Schön. Wie heißt das dritte Kassette, die mit Nebenwirkungen beschriftet ist? Was haben wir gerade gesehen? Mittagessen mit Megan. Das ist die Nebenwirkung. Oh. Äh. Die zittern alle. Na ja. Haben sie Ausbruch. Ihr seid alle dumm. Warum habt ihr das getan, Leute? Ja, wir machen. Weiter, Artefakt-Test. Produziert jetzt eins, aber egal. Ich glaube, das hat uns getroffen. Ich glaube, das hat uns getroffen. Das lief aber nicht gut. Das lief aber nicht gut. Daddy hat wohl scheiße gebaut. Na ja. Ayuhul. Nochmal, Ayuhul. Ja, Mensch. Geh jetzt nicht weiter. Da muss ich wohl in dieses komische Ding hier gucken. Oh nein. Oh nee. Es kann nicht wahr sein. Nein, nicht Timmy. Nein, es kann nicht wahr sein. Wir sind einfach zu spät. Dieser Mörder. Dieser scheiß Arzt. Ich hatte doch gar nicht das Komplette gehabt. Mir hat doch ein Fuß gefehlt. Erst unsere Frau, jetzt unser Sohn. Och Mann. Vielleicht können wir ihn wiederbeleben. Klack. Ja. Schnell. Müssen schneller machen. Ja. Nächster Arm. Und das Bein auch noch. Ja. Und jetzt noch ein anderes Ding. Anderes Bein. Und Brust. New Sample Required. Oh. Also die Geschichte ist glaube ich so. Äh. Der Arzt hat aus Versehen seine Tochter mit dem Arm sie umgebracht. Und. Und. Ja. Dann wollte er sie wiederbeleben. Aber. Braucht er halt dafür ein lebendes Exemplar. Und dann hat er immer noch Timmy genommen. Einfach unfair. Hier. Och Mann. Und jetzt sind ja alle tot. Hä? Hallo. Ich will nichts böses. Aber. Sie sind gemein. Sind die Ärzte einfach. Ich glaube normalerweise hätten die mich gar nicht angegriffen. Aber. Weil ich die angegriffen habe. Haben die mich jetzt angegriffen. Oh. Ich wollte es gar nicht. Sorry. Zweites Schlag. War in Versehen. Aber ich bin ja rot. Ich bin irgendwie sowas wie eine Gottheit. Weiß gar nicht. Sollen das eigentlich wirklich die Wissenschaftler sein oder nicht? Psychos. Leiterplatten für Bomben. Medizin. Man merkt. Es kommt bald so richtig fetten Kampf. Gibt es einfach alles. Was man braucht. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Haben uns ja gut vorbereitet. Ich bin da rein. Will ich da aber rein? Nein. Nicht in dieser Folge. Okay. Ich kann die Kisten nicht aufmachen. Auch gut. Okay. Ich brauche nur was zum Speichern am besten. Hier kann ich nur schlafen. Oh. Erstmal. Die Nacht schlafen. Oh. Schön ist das Tag. Da bin ich aber noch nicht rein. Warum darf ich hier nur schlafen aber nicht speichern? Also mal ganz ehrlich jetzt. Wird ihr mich verarschen? Gibt es doch nicht. Darf ich einfach nicht speichern? Warum denn nicht? Och man. Die Entwickler sind wieder gemein. Ja hier waren wir schon. Ja wo soll ich jetzt speichern? Kann mir das mal jemand sagen? Gar nicht. Ist keine Option. Oh. Hm. Stimmt weil ich geschlafen habe habe ich kein Essen mehr. Jetzt machen wir mal ein bisschen Fleisch. Und trinken ein bisschen Wasser. Aber jetzt mal ehrlich. Warum darf man hier denn nirgends so speichern? Ja. Hier drinnen nicht. Aber hier draußen. Ja geil. Warum darf ich das hier nicht platzieren? Mal ganz ehrlich. Ey es ist einfach nur unfair. Wie lange darf ich jetzt nicht speichern? Kann mir das mal jemand sagen? Im Labor? Menü irgendwo speichern? Ey. Nicht euer Ernst. Ja doch. Speichern. Ne. Für alles. Das ist alles. Natürlich. Quatsch. Nicht im Labor speichern dürfen. Ich will das auch alles nicht nochmal machen. Warum? Warum macht man sowas? Ich kann es einfach nicht verstehen. Vor allem wenn man bei Bosskampf stirbt müsste man ja alles nochmal machen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wer sich das ausgedacht hat, dass man hier nicht speichern darf. Das Auto speichern. Boah alter. Es ist so ekelhaft. Es ist so gemein. Ich habe ein paar Bilder übersehen. Nice ey. Super. Ne. Na ja. Dann hoffe ich doch irgendwie, dass es doch speichert. Bin ich? Ja, keine Ahnung. Das hätte wirklich nur zu hinbauen. Es ist so gemein. Ne. Da geht es schon zum Finale. Ja dann. Ich habe keinen Speicherort gefunden. Ich hoffe, das hat hier vorhin gezählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Vielen Dank.